In einem Kilometer halbrechens abbiegen und auf B433 Richtung Berlin fahren. Ja, ja. Also, Navi, du wolltest ein Captur fly und nicht nach Berlin, wenn du das verstanden hast. Äh, nicht schlecht. Das habe ich noch in einem süßen Video gesagt. Die denken immer, äh, warum willst du nicht nach Berlin fahren? So, glaube ich, vielleicht. Aber hier muss auch mal so ein Punkt, äh, wenn der Bus gehen kann, muss ich ja... Äh, den Bus ist ja auch nicht neu, ich weiß nicht, ob ich den Bus gehen kann. Deswegen, ähm... Deswegen muss ich... Oh, und fertig. Wo kommt ihr das mal? Ich... Ich... Ja, ich... 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 ...durfe ich das halt noch ein bisschen besser... ...und auf B433 Richtung Berlin zu fahren. Boah, es ist ja alles zu gewesen gerade. Kein Fässer da. Kein gar nichts. Also, so ist das jetzt halt noch angenehmer. Wie ist das? Links abbiegen, auf Dorther Straße. Dann links abbiegen und auf der Berlin Straße fahren. Ist geil. Vorwand ist ja die ganzen Dinger ja zu. Ja, ja. Und letztes Jahr, äh, auch. Ja, ja, ja. So, jetzt müssen wir ins B433. Ja, ja. Ja, ja. Wir müssen nach Berlin fahren. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Musik In ein Kilometer rechts abbiegen auf Langenhorter Chaussee. In ein Kilometer links abbiegen auf Rollkerry spécialen, dem der Strafわか�..., Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da gab es noch mal so einen Seitenflieg, wo man da reingehen konnte und auf der anderen Seite dann rücken konnte, weil es war nicht so gut, dass wir auch mal den Start angezählen haben. Nicht vorne, sondern wo die dann so runterfahren. Das ist nicht so. Das ist nicht so.